Nice, er kommt da rüber. Nein, nein. Was war denn das jetzt für eine Grafikfehler-Kack-Scheiße hier? Wie Snake? Talk to me, Snake. Och ey, ich kotze doch schon wieder ab. Mann, Mann, Mann. Aber es gehört dazu. Es gehört dazu. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier rüberkommen. Komm. Fuck off, Alter. Was? Was ist passiert? Boss! Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Ich bin gestorben. Freakshow. Komm schon, Lott-Konzentration. Ich muss da hinten sowieso runter, ne? Mondzin dicken und dann gucken wir mal, ob wir hier... ...wenn ich hier rüberkommen. Warum in Schwung? ...wenn ich hier... ...wenn ich hier... ...wenn ich hier das gemacht hat jetzt? Geh da hoch. Ich will nicht hängen. Es ist doch unfassbar. Ich hab's überlebt. Nice. Oh, 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 oh. Ist jetzt gerade die Wachablösung. Hier hat's lange rumgeprimmelt. Jetzt wüsste ich den da oben jetzt weg, Sniper. Weißt du was, ich mach das einfach. Ich fackel da jetzt nicht lange. Da geht es vor mir in Hattie direkt in die Fresse. Zack. Ich hab mir gedacht, dass der jetzt wieder rumholt. Das ist hier irgendwo. Ich hab schon so viel Stress gehabt bis hierhin. Wenn ich das jetzt sehe hier. Da fällt mir ja nichts mehr ein. Ach du Scheiße, sind die Sowjets. Die Frage ist ja jetzt, wie viele gibt es von diesen Freaks? Die bringen sich jetzt schon alle in Position, ne? Ja, Sniper ich die einfach weg. Mach hier, komm hier richtig mit Getöse an den Start. So wie ich es eigentlich liebe. Oder schleiche ich mich hier vor und versuche die alle weg zu nuken. A good question, ne? Ich werde das mal so machen. Ich werde jetzt... Ey, du stellst dich doch nicht jetzt nicht tatsächlich da drauf, ne? Mach mal ein bisschen locker, mein Freund. Analysis complete. So, ich werde jetzt mal versuchen. Doch tatsächlich hier einen Schleichvorgang zu machen. So, mach ich erst den einen da hinten weg. Ach du Scheiße, hier ist richtig was los, ey. Hier ist richtig was los. Fuck off, ey. Ja, kann ich... Gerade richtig nice. Ja, schon mal jetzt so umbringen kann ich den nicht, ne? Meine Fresse, das war richtig scheiße. Sieben Schuss habe ich noch. Sieben Schuss. Das kann nicht funktionieren. Wie komme ich hier hinterher rum? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Jetzt hat der Mongo mich auch schon gesehen. Was darf man ganz sagen? Ich habe doch in seiner... Scheiße, be careful, oder? Ich habe nicht gesehen, nein, ne? Ja, Leute, das ist jetzt mal richtig reudig. Läuft hier auch noch wieder das scheiß Radio. Okay, schön, Baupläne ist gut. Die Frage ist ja, ob ich da oben rein muss, oder ob ich da nicht rein muss, ne? Das ist ja... Honeybee kann ja wer weiß wo sein. Allradfahrzeug, Zielaktionsfeld. Allradfahrzeug, Zielaktionsfeld. Der Schalldämpfer ist auch im Arsch. Wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Ich mache mal richtig Radau hier. Ich mache da gleich auch richtig Radau. Ist mir drauf geschissen. Ich kniete die gleich einfach alle weg. Okay. Ich mache da. Ich mache es jetzt heraus. Okay, jetzt kann ich spuck es aus. Paar Ruski, ja. Ich hätte ihn umbringen sollen, ey. Der wacht doch gleich immer wieder auf. Ah, warte mal, ich hatte doch hier einen Schalldämpfer auf der Knarre, ne? Oder ist der auch schon kaputt? Ach du Scheiße, bin ich an dem vorbeigelaufen. Der hat mich auch nicht gesehen. Was ein Lack. Ich muss hier alle killen, das ist alles sonst scheiße. Ich verstehe nicht, warum man mir die Karre da unten anzeigen. Was soll ich denn mit der Karre machen? Was soll ich denn mit der Karre machen? Scheiße, ey. Boss, you need to secure that prisoner. He has to know where the honeybee is. Scheiße, das ist aber auch wieder alles verflixt hier, ey. Ich hab schon Bock, den da rauszuholen, den Typen, ey. Drei Stück sind das. Drei Stück ist das. Das ist schon mal nice, dass der Megas jetzt sagt, wo die honeybee ist. Müssen wir erst mal ein bisschen Ruhe reinbringen hier. Erst mal Knarre nachladen. Alter, verwollt, jetzt hab ich hier echt gut Stress am Arsch, ne? Zu laut, ne? Ich hab die anderen jetzt angelockt. Schlaf, du Idiot. Schon spannend, ey. Das ist schon spannend. Ich muss mir auf jeden Fall diesen Scheiß-Russen laulen, ey, dass der mir das übersetzt hier. Ich kann verstehen nicht, was die machen wollen. Und hier ganz tief in den Bau hier rein, ey. Verdammt, Scheiße. Das hätt ich auch so nie im Leben gefunden. War schon gut, dass ich mir den Fifi rausgeholt hab hier. So, wie geht's, wie geht's? Jetzt hab ich die honeybee aufgenommen, ne? Okay, ich darf die honeybee nicht einsetzen. Emotions, Schalldämpfer, Waffengegenstände, Ausrüstung. Kann ich mir damit begleiten, Unterstützung. Soll ich mich verpissen, ja, ne? Ja, warte mal, was hat er mir gesagt? Ich mach jetzt Luftunterstützung. Dem Unterstützungszuschauer fehlen Ziele anzugreifen. Beschränkte Missionsabschluss. Warnung auf maximal A. Was hoffe ich, ich geh jetzt erstmal wieder hier raus. Guck erstmal, dass ich überhaupt abgeholt werden kann.